Die Motoren eines ICE, eines Intercity-Express, können eine maximale Antriebskraft von 270 kN aufbringen. Die Masse des ICE beträgt 500 t. Frage Wie groß kann die Beschleunigung des ICE beim Anfahren maximal sein? Hier die Angaben. Die Kraft F beträgt 270 kN, d.h. 270.000 N. Die Masse M beträgt 500 t, also 500.000 kg. Gefragt wird die maximale Beschleunigung A, die wir in Meter pro Quadratsekunde ausdrücken. Je nachdem was gefragt wird und was angegeben ist, werden wir das Grundgesetz der Dynamik F gleich M mal A einsetzen. Da F gleich M mal A ist, muss A F auf M sein, d.h. hier 270.000 geteilt durch 500.000 und das ergibt 0,54. Die maximale Beschleunigung A beträgt also 0,54 m pro Quadratsekunde. Und das ist auch schon die Endantwort auf die gestellte Frage.